Wir haben gerade festgestellt, dass die klassischen Psychopharmaka eher dazu dienen, den Menschen ruhig zu stellen, also ihn eher zu schwächen. Und was wir ja beabsichtigen, ist ja, ihn zu stärken, Heinz. Und die Psyche zu stärken, ich glaube, das ist ein Gebiet, wo ich dich gerne fragen würde. Was fällt dir dazu ein? Was kannst du dazu sagen? Also die Psyche, glaube ich, kann man stärken. Natürlich mit gewissen Substanzen, auf die gehen wir gleich ein. Aber das Wichtigste für mich ist auch, es braucht Vertrauen, es braucht Glauben, es braucht Hoffnung, es braucht Zuversicht. Also wir müssen den Menschen nicht nur mit Substanzen helfen, sondern primär auch einen neuen Boden, eine neue Hoffnung zu vermitteln. Das ist für mich im Zentrum. Also ich nehme mir Zeit für Gespräche, weil praktisch alle, weisst du, auch wenn jemand mit einer MS oder Bauchschmerz oder so zu mir kommt, diese Leute haben alle irgendwo, tragen eine psychische Last. Und deswegen ist das Gespräch bei allen Patienten im Vordergrund. Also immer eine Kombination aus dem Verstehen, darauf eingehen, ist ja etwas, was im ärztlichen Alltag eher selten geworden ist, weil das Gespräch ja sozusagen nicht als Maßnahme gesehen wird. Aber dann eben auch mit Kombinationen sozusagen dem Menschen, der diese Angst, diesen psychischen Druck, nenne ich jetzt mal, verspürt, ihm sozusagen beizubringen. Das kann man ja nur im Gespräch. Ja. Wie er sich selber auch helfen kann. Also für mich ist das die grösste Tragik in der Medizin, dass man den Ärzten die Gesprächszeit weggenommen hat. Ja. Politisch gewollt. Ja, sicher, weil sie nicht mehr bezahlt wird und so weiter. Weil es wäre die finanziell günstigste Therapie, wenn ich eine Stunde lang mit einem Patienten ein Gespräch führe, kostet das die Krankenkasse viel weniger, als wenn ich da Labor und bildgebende Massnahmen verordne. Viel weniger. Wenn ich aber nur zehn Minuten habe für einen Patienten, dann bleibt mir keine andere Wahl, als viel Labor zu verordnen, um zur Diagnose zu kommen. Wenn ich 20 Minuten mit ihm sprechen kann, ich habe in etwa 80 Prozent aller Fälle die Diagnose durch das Gespräch. So habe ich es gelernt im Studium, aber es macht es niemand. Aber das ist eine Basis, eben die Zuversicht neu zu stärken, egal wo das Problem liegt. Und für mich spielt da auch Spiritualität eine grosse Rolle. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber Menschen, die ein Fundament haben, die ein Vertrauen haben, und die ein Gottvertrauen haben, denen geht es besser. Das ist keine Frage. Das ist das, was ich auch erlebe, dass letztendlich Menschen, die auch Gottes Wort ernst nehmen, also sich die Bibel nicht nur in den Schrank stellen, sondern ab und an nochmal den Finger hineintun und darin lesen, dass ihnen dadurch schon geholfen werden kann, weil sie etwas bekommen, was sozusagen das Gegenteil von Angst ist. Das ist Zuversicht, das ist Hoffnung und Vertrauen. Das sind für mich so drei Begriffe, die da eine ganz entscheidende Rolle spielen. Nichtsdestotrotz sind ja Vitalstoffe durchaus bekannt, die die Psyche auch stärken können. Also ich denke, dass es immer ein Zusammenspiel sein sollte zwischen dem, was du sagst. Das ist ganz wichtig, das Gespräch, das Aufnehmen, das Ernstnehmen. Dass eben nicht Psychosomatik abgetan wird als, der ist ja nun mal verrückt, sondern dass es ernst genommen wird. Aber auf der anderen Seite, dass man den Menschen auch etwas an die Hand gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was wären da deine Ideen dazu? Also es gibt ganz verschiedene Substanzen, natürliche Substanzen, welche die Psyche wirklich stärken. Also für mich, es gehört immer dazu Omega-3-Fettsäuren, weil ja eben die Psyche eine Funktion des Gehirns ist. Und Omega-3-Fettsäuren ist eine Basissubstanz des Aufbaus des Gehirns. Die Zellwände aller Zellen bestehen zu einem Teil aus Omega-3-Fettsäuren, übrigens auch aus Cholesterin. Deswegen habe ich etwas Mühe, wenn man Cholesterin zu stark senkt. Das mag für den Kardiologen gut sein, aber für das Gehirn hat das negative Auswirkungen und die muss ich dann schon auch mit einbeziehen. Also Omega-3-Fettsäuren sind die Basis. Dann gehört dazu Vitamin D, das brauchen alle Menschen. Wir sind von Natur aus eigentlich alle unterversorgt. Und da gibt es eine ganze Palette von Mikronährstoffen, die ich gerne in einem Multiprodukt zusammenfasse. Also dazu gehören dann die ganzen B-Vitamine, das Biotin, Vitamin H. Da gehören diverse entzündungshemmende, natürliche Substanzen dazu. Maka zum Beispiel, Theobromin aus Kakaobohnen. Das sind belebende Stoffe, wo die Patienten mir sagen, ja, das hat eine Wirkung. Also wenn du Theobromin nennst, dann fällt mir dazu ein, Schokolade macht glücklich. Ist da was dran? Ja, da ist was dran. Vor allem aus schwarzer Schokolade, die die Menschen nicht so mögen. Okay. Die darf man wirklich konsumieren in höheren Dosen. Also dann ist tatsächlich etwas dran, dass man sich auch durchaus über die Nahrung, also über die gesunde Verwendung von Nahrung, auch wieder in eine Situation der Stärke der Psyche bringen kann. Ja, absolut. Also die meisten Menschen ernähren sich natürlich ungenügend mit Junkfood und Schnellimbiss und so weiter. Und eine gesunde Ernährung pflanzenbasiert, da sind diese Stoffe ja drin, oder? In Pflanzen, das OPC und Katechinen, Flavanoide und so weiter, die sind ja drin in unseren Pflanzen, Gemüse und Früchte. Und davon haben wir zu wenig. Ja, Rosenwurz-Extrakt zum Beispiel hat auch entzündungshemmende Funktionen, dass dann im Endeffekt diese Funktion der Nervenzelle wieder verbessert wird. Auch OPC, also auf deutsch kurz zusammengefasst Traubenkern-Extrakt, obwohl das nicht genau dasselbe ist. Aber wer genügend solche Substanzen zu sich nimmt, der hat auch eine bessere Psyche. Also könnte man als Rezept quasi, also Rezept in Anführungsstrichen, als Rezept für die Stärkung der Psyche oder das Zurückfinden zu einem Gleichgewicht in der Psyche, sehen das Gespräch, das Gespräch mit dem Arzt, das Gespräch aber vielleicht auch mit einem Therapeuten oder auch nur das Gespräch mit wohlgesonnenen Menschen in einer kleinen Gemeinde. Das muss ja sozusagen jetzt nicht in einer Praxis stattfinden. Gemeinsam mit gesunder oder auch unterstützter Ernährung. Könnte man das so zusammenfassen? Absolut, ja. Und die neueren Forschungen über psychische Krankheiten, wir sprechen hier von der Darm-Hirnachse, die zeigen ja auch auf, dass auch der Darm beteiligt ist. Also wenn der Darm nicht gesund ist, ist auch die Psyche nicht gesund. Das ist für viele Menschen, auch für Ärzte, noch ein bisschen schwer zu verstehen. Aber es bestätigt sich. Also im weitesten Sinn, ich lehne mich jetzt hier weit hinaus, aber im weitesten Sinn ist eine Depression eine Darmkrankheit. Weil eben viele wichtige Nährstoffe durch den kranken Darm nicht mehr in den Körper gelangen. Also für mich gehört dann immer bei psychischen Krankheiten immer eine Darmbehandlung noch dazu. Aber damit diese Substanzen, die wir jetzt besprochen haben, auch wirklich dorthin gelangen, das ist die Bedingung. Das ist keine Frage. Nahrungsergänzungsmittel, immer nur über den oralen Weg eingenommen, müssen über den Darm so resorbiert werden, dass sie letztendlich am Zielort und das ist nun einmal das Gehirn bei der Psyche auch ankommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben viel gelernt zu diesem Thema. Und dass man zweifellos vom Psychopharmaka sich ein Stück weit auch verabschieden kann. Oder dass sie, und da sind wir beide uns, denke ich, sehr einig, viel zu schnell, viel zu häufig und in viel zu hoher Konzentration eingenommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.